so machen wir mal weiter wie ihr seht jetzt ohne facecam hat keinen speziellen grund einfach so weiß ich nicht kommt auf jeden fall wieder was ist denn das für ein scheiß gewehr warum schießt denn das so komisch wo denn? ah da ok der schildgenerator sollte sich unten im schiff befinden ja schön guten tag also ich bin mal gespannt gerade schon mit einem kumpel gesprochen der sich hier anschließen wird allerdings wollte er jetzt hier schon mitspielen aber es ging nicht weil das scheinbar noch so ein tutorial modus ist und der müsste halt so wie sie aussieht alleine zocken wo ist der typ jetzt hin oh oh schieß sehr gut ist hier irgendwas wo ist ja alles dunkel wo muss denn hin auf immer dem fein nach ist eine gute idee oder hier yo alter was war denn das ja schön ich hab gleich gar keinen schuss mehr ich bräuchte mal äh munition nein nein warum schießt denn nicht wo sind das scharf schützen wo sind das scharfschützen wo sind das scharfschützen woa Jawohl. Irgendwie die Distanz ist zu weit. Wo ist der hin? Oh, der ist weg. Könnt es eigentlich mal eine Prämie geben, oder? Boah, alter. Boah. Ja geil, wieder nur noch 14 Schuss, man. So, sehr gut. Muss ich überhaupt hier rein? Boah, was geht denn hier ab? Boah, wir hatten hier einen Flammenwerfer. Da unten der. Wo muss ich denn hin, Mann? Bin ich überhaupt richtig? Ich gehe mal von aus. Ich gehe lieber nur mal raus, weil irgendwie bin ich gerade irritiert. Sag mir doch hier rein, dann gehe ich auch mal da rein. Boah. Boah. Ja, genau. Scheiße, Mann. Boah, ich schieße so schlecht, ey. Komm. Jawohl. Jawohl. Mann. Ja. Ja. So, und jetzt? Was? Ich die größte Ranzwaffe, Mann. Ich brauche mal Muni. Jawohl, danke. Sind so 123. Ey, wo bin ich denn hier? Bin ich überhaupt richtig? Ich tipp mal, dass ich hier unten rein muss. Der Schildgenerator sollte direkt vor uns sein. Oh, Alter. Nein, Mann. Oh, Alter. Ah, sorry, da ich nicht so viel rede, aber irgendwie ist das ganz schön spannend. Äh, das ist irgendwie schwer, finde ich. Neues Ziel. Überlasse den Generator. Abgasturbinen zerstört. Hä? Sind das die hier? Zerstöre die Abgasturbinen um die Schilder. Was sind die das? Was sind denn die Abgasturbinen, Mann? Jawohl, Mann. Hey, ich check's nicht. Wolle mal. Ja. Oh, oh. Ach, da unten, okay. Auf zur nächsten. Nein, ich habe wieder keinen Schuss, ey. Ja, wunderschön, ey. Und ich liege hier. Ah! Nein, Mann. Ich Idiot. Okay, wieder Einstieg in einer Sekunde. So, welche waren noch die? Okay, jetzt habe ich aber wenigstens wieder Schuss. Ey, da unten zeigt der mir sogar an, wo ich hin muss. So, und jetzt? Die Schilde sind deaktiviert. Oh, oh. Heidewitzka, jetzt geht es hier bestimmt ab. Amanda, wir kommen nach oben. Amanda, ich komme. Amanda. Amanda, warum antwortest du denn nicht? Was sollen wir bloß tun? Nichts. Ach, du Scheiße. Wir kommen in einer Welt ohne Licht. Hi. Das ist bei mir aber im Zimmer auch so. Da gibt es auch kein Licht. Außer Fernseher. Das stimmt fast nicht. Schau mich nicht an. Du Kreatur. Boah. Ey, der kickt ja mich weg hier wie der Mario-Gurm ist. Du bist stark und diszipliniert. Ich habe Durst. Ich kriege irgendwie meine Flasche ganz hoch. Versteckst dich hinter Mauern. Das ist kein Mut. Du hast nur vergessen, was Todesangst ist. Erlaube mir, dich zu erinnern. Nein. Ihr habt die Macht, die euch gegeben wurde, nie verdient. Ich bin Gorr. Und dein Licht ist mein. So, Spiel vorbei. Das sind die zwei durchgespielt. Ja. Ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Amen. Wunderwunderschön. Ich tippe jetzt mal, jetzt kommen wir zu einem neuen Ort, weil ich jetzt nicht glaube, dass mein Charakter gestorben ist. Ich tippe jetzt mal, jetzt kommen wir zu einem neuen Ort.